servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir haben ein paar neue hot fixes die online gehen werden es steht steht ein datum dabei die sind am 27 dezember also bei uns am 28 also heute und die mit den realm restarts heißt bei uns am mittwoch und zwar sind betroffen ein paar dungeons aus shadowlands beziehungsweise raid und etwas zum global cooldown aus the burning crusade classic würde sagen wir gucken uns das ganze mal an es geht bei kaltusat egal welcher schwierigkeitsgrad um den blizzard das ist quasi diese art zwischenphase wo er mehrere eispatches auf dem boden spawnt wo ihr auf lücken stehen müsst damit ihr davon nicht getroffen werdet und wenn ihr den boss pusht in dieser zeit also auf null prozent hp und er in diese philakterium phase geht dann sollte dieser blizzard eigentlich verschwinden jetzt hat es blizzard so gemacht dass die eisflächen sofort wechseln sobald der boss in die phase gepusht ist was für euch das movement ein bisschen einfacher machen wird dann haben wir noch das theater der schmerzen und zwar geht es da auf dem weg zum ja wir können ja eigentlich den boss spielen wir wollten die meisten spielen den glaube ich als ersten boss auf dem weg dahin wo die ganzen gladiatoren sind da kämpfen ja immer mal mobs gegeneinander und springen dann voneinander weg da konnte es wohl sein dass sie für eine zeit immun gegen player abilities waren obwohl sie ihr duel quasi abgeschlossen hatten das hat blizzard jetzt gefixt und sollte zukünftig auch nicht mehr vorkommen und jetzt haben wir noch eine burning crusade classic änderung und zwar betrifft das den global cooldown der war vorher auf einem minimum von 0,75 sekunden und jetzt ist er bei einer sekunde das sorgte dafür dass ihr spells aktuell durch einen bug schneller casten konntet als es eigentlich vorgesehen war was dafür führte oder dazu führte dass es einen fehler gab und der delay über einer sekunde lag also und eigentlich noch mehr über dem eigentlichen global cooldown und das hat blizzard jetzt angepasst damit es dazu keine fehler mehr gibt und selbst mit hast könnt ihr den global cooldown nicht mehr unter eine sekunde drücken also sprich die zahl an fähigkeiten die ihr da hämmern könnt ist jetzt begrenzt da muss ich sagen kenne ich mich nicht so gut aus inwiefern das das spiel jetzt hart betrifft aber könnt ihr mir ja mal in die kommentare schreiben wie es damit aussieht damit sind wir durch vielen dank fürs zusehen wenn euch das video gefallen geholfen hat like abo glocke und damit bis zum nächsten video reingehauen wie so ja Untertitelung des ZDF, 2020